Wir sind in Autorama und haben 70 Jahre Frauen in der Schweiz und 30 Jahre Autorama zu feiern. Also wir haben das Kinderschminken, wo man mit der Familie vorbeikommen kann, wir haben Ponyreiten, wir haben Manikür für die Frauen, wir haben einen Rennsimulator für die Männer, wir haben sogar noch ein Rennauto, das 24 Stunden Rennen fährt. Also wir haben alle VW Neuwagen, wir haben sehr viele Audi, sowohl Neuwagen, das sind dann meistens direkt importierte Fahrzeuge und eine grosse Auswahl an attraktiven Occasionen und Vorführwagen. Also das Highlight ist sicher das Auto, das gerade hinter mir steht, der neue T-Roc. Dann haben wir ganz neu den VW Polo, der ist knappe 4 Monate auf dem Markt und dann haben wir dieses Jahr durchgehend jeden Monat 70 Sondermodelle, jeden Monat ein Sonders, aufgrund dieser 70 RVW. Also ich will sagen, wir sind sehr, sehr nahe am Kunden, wir haben ein Top-Team, sehr gut ausgebildete Fachleute, die nahe am Kunden dran sind, die alles geben für Kundenzufriedenheit und die einfach dem Kunden versuchen, jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Im Herbst machen wir sicher wieder etwas Schönes und dann hoffen wir, dass wir dann vielleicht auch schon neue VW Touring präsentieren können. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.